Oh, die nennt aber schön gepimmelt. Ich weiß, da gehen sicherlich die Meinungen wieder auseinander. Die einen werden schreien, der Cheatet! Und die anderen werden sagen, ey, ich bin Global by Face oder so. Wir spielen da immer so. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Ich hoffe, dass dieses Suspect am Cheaten ist. Es steht 4 zu 6, okay. Er hat 9 zu 6 Stats. Sind überhaupt gar nicht auffällig. Also ich, äh, pff, ja. Mal gucken, ob wir den auf kurz klatschen. Oh, da, was macht der denn? Der ist da unten da oben, alles klar. Ist noch einer auf dem Spot drauf? Was macht er mit ihm? Okay, okay. Wir sind da wirklich zu dritt und penetrieren. Oh, und da pimmelt er ihn weg. Okay, hat er schon gut gemacht. Ich esse mal eben ein Stückchen Salami. Und dann auf, oh. Hat er jetzt an oder hat er jetzt an? Ich weiß es nicht. Er nimmt die AK. Schauen wir mal. Also, keine Ahnung. Aim auf jeden Fall mal nicht. Er geht auf B auf B. Es ist noch ein CT. Der Pelican. Mal schauen. Okay. Er ähmt erst mal in die Smoke rein. Vielleicht ist da ja einer. Ich kann nichts Verdächtiges sehen hier an ihm. Überhaupt gar nichts. Die Nade war nicht schlecht. Wenn, äh, ja. Wenn die so gewollt war. Ne, ach. Hat er... Aha. Alles klar. Und er ist sogar noch gestorben. Bitte. Ich glaube, haben die Mades den gesichtet oder hat er das einfach vermutet, dass da jetzt einer steht? Kann gut sein, ne? Von kurz kommt es gleich einer geschlappt. Vielleicht kann er sich den irgendwie einverleiben. Aber ich glaube, er macht ja gar nichts mehr. Das Suspect ist einfach clean. Oh. Da auf Lang kommt was. Achtung. Lang kommt durch. Er hat keinen Wallag. Ich sage jetzt einfach mal, dass er keinen Wallag hat. Jetzt musste erst ein Mage sterben, bevor er merkt, dass da auf Allang wohl einer durch ist. Er pierst hier außen rum und macht das doch ganz geschickt. Schauen wir mal, was jetzt hier gleich passiert. Also er ist doch noch... Also er guckt schön in die Ecken, als wenn... Als wenn er eben überall sein könnte. Als wenn er einen keinen Wallag anhält. Verstehst du? Als wenn, wie, wo. Achtung. Baaah, Alter. Total verdient. Ich weiß nicht, wie so jemand einen Report reindrückt. Und ich weiß nicht, was meine Webcam wieder macht. Wenn ich hier bin, bin ich ungefähr hier. Knallrot. Jetzt... Gerade eben war ich kurz grün. Jetzt bin ich ganz grün. Webcam, what are you doing? Webcam, are you stinking off the shit? Warte. Also, neue Runde, neues Glück hat dann angefragt. Ich habe es nicht richtig sehen können. Oh. Oh, den hat er aber schön gepimmelt. Ich habe es nicht richtig beobachtet. Achto. Vielleicht macht er ja noch im Verlauf des Spiels an, wer weiß. Monsieur Banjo wartet auf ihn auf Lang. Wir schauen mal. Den hat er sich zuckrig geholt. Ganz zuckrig hat er den gepimmelt. Sie versuchen jetzt hier zu dritt auf A zu gehen. Er dreht sich um. Vermutet hinten jemanden, aber geht dann doch auf... Oh, da vermutet er nach wie vor einen Feind. Ich meine, natürlich. Wie viel sind es gerade? Vier gegen drei oder so. Ne. Drei gegen drei. Ich glaube, dass da mindestens einer von lang kommt. Die Schüsse sind auf jeden Fall auf Verdacht gesetzt. So wie das jeder andere AWPler auch machen würde, der da Mitte steht. Oh, der war gut. Der war noch schön hingeruggelt, sag ich mal. Wie man es aber auch an sich macht eben mit AWP. Diese letzte Millisekunde, wo man dann doch nochmal nachaimt. Wenn man schon praktisch ausgesucht ist. Beim Schuss. Das ist das, was man können muss, ne? Come on, David. Nice. Hat er gut gemacht. Ich habe nichts erkannt bis jetzt. Also ich finde das alles clean, was er da spielt. Ich weiß, da gehen sicherlich die Meinungen wieder auseinander. Die einen werden schreien, der cheated. Und die anderen werden sagen, ey, ich bin global by face oder so. Wir spielen da immer so. Schwierig. Schwierig. Der letzte. Das letzte Video müsst ihr euch übrigens direkt angucken. War auf jeden Fall ein Cheater. Das war schön. Da habe ich direkt einfach, ne? Da konnte man so, oh. Oh, da wird der geflasht. Der böse Bub. So. Sie war schön. Das ist eine sehr schöne Flash. Okay. Okay. Ach, scheiße. Aber ich konnte es jetzt nicht langsam machen. Aber die ersten zwei sahen noch easy aus. Also die hätte doch jeder von uns. Oh, Gott. Rechts steht einer. Da bimmel dich. Ob ich jetzt nicht hier. Nein. Also ich würde sagen, höchstwahrscheinlich haben sie ihn wegen diesen letzten drei etwas gedrückt. Aber das war doch total clean. Also wer da was anderes sagt, ja? Der hat Sand in den Augen. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder.